ich hatte große interesse an diesem beruf ich war viel mit alten leute umgeben dort einkaufen gegangen oder etwas mit haushalt zu tun oder einfach nur zu reden und deswegen habe ich mich entschieden hier in deutschland zu kommen und ausbildung zu machen ich will neue leute kennenlernen nicht nur alte leute sondern auch mitarbeiter das macht mir sehr viel spaß und ja die unterstützen mich wo ich probleme habe oder schwierigkeiten ich kann mich immer an sie wenden in jeder zeit die helfen mir immer am anfang war schwierig weil neue umgebung neue leute andere sprache theorie war schwierig am anfang ich kann ihnen fehlen dass die kommen und ein praktikum machen in einer einrichtung und dann werden sie sehen ob das altenpflege richtiger beruf für sie ist probieren sie und sie haben gar nichts zu verlieren